Ich kann es langsam nicht mehr hören. Jeden Tag heißt es, wir müssen die Finanzmärkte beruhigen. Die Finanzmärkte sind es, die die Politik vor sich hertreiben. Damit muss endlich Schluss sein. Aber ESM und Fiskalpakt bringen nicht die Lösung. Sie sind verfassungsrechtlich äußerst fraglich. Das Europäische Parlament beispielsweise hat keinerlei Kompetenz in diesem Bereich. Sie sind nicht demokratisch kontrollierbar und kontrolliert. Und sie bringen keine Lösung des Problems. Sie setzen die falsche, rigorose, gnadenlose Sparpolitik der Bundesregierung und in Europa fort. Dadurch werden große Teile der Bevölkerung in den Ländern des Südens, die betroffen sind, weiter verarmen. Sie haben praktisch kein Einkommen mehr. Und die Banken, die Finanzmärkte, die wir eigentlich zählen wollen, die sind überhaupt nicht betroffen, sondern sie werden gefüttert mit unendlichen Milliarden an neuen Geldern mit neuen Profitmöglichkeiten. Deshalb stimme ich weder Fiskalpakt noch dem ESM zu. Ich bin dagegen und überlege und prüfe, ob ich selber deswegen auch zum Bundesverfassungsgericht gehe, um dagegen zu klagen. Vielen Dank.